Hey Leute, heute soll es mal um das Thema Smart Home gehen und was das Levy Protect genau ist, erkläre ich euch in diesem Video. Also viel Spaß. Neben dem Smart Ring gibt es übrigens auch noch einen Rauchmelder und ein paar andere zusätzliche Funktionen, aber immer der Reihe nach. Der Smart Ring hat übrigens auch eine ganze Menge an Technik verbaut. Da wäre zum einen ein Bewegungsmelder. Neben dem Bewegungssensor gibt es noch einen Temperatursensor, einen Feuchtigkeits- und Luftqualitätssensor. Ihr ahnt es schon, das Gerät ist quasi eine Kombination aus Alarmanlage, aus Rauchmelder und einem Raumklimamesser und ist natürlich perfekt für jedes Smart Home. Und mit dem dazugehörigen Rauchmelder sorgt es jetzt dafür, dass ich auf meinem Smartphone eine ganze Menge an tollen Daten vorfinde. Dazu benötigt man eine App, das ist die Levy App. Die gibt es natürlich genauso kostenlos auf dem iPhone, also im App Store oder auch auf einem Google Play Store, sodass ihr es auf jedem Android Smartphone nutzen könnt. Doch bevor ich euch das jetzt mal zeige, muss ich an der Stelle mal kurz sagen, wie überrascht ich war, wie toll das Ganze eigentlich funktioniert und wie kinderleicht es ist. Die Installation zum Beispiel funktioniert super einfach. Man benötigt natürlich kein externes Gerät, denn in diesem Smart Ring ist ein WLAN-Modul mit eingebaut. Das heißt also für mich, ich brauche tatsächlich nur mein Smartphone und muss das Ganze einmal aufgeladen haben und schon kann es losgehen. Schritt für Schritt wird einem natürlich dann erklärt, wie ich das zu installieren habe. Man muss zum Beispiel in der App einem sagen, wo ich genau diesen Smart Ring positioniere, denn ich kann ihn tatsächlich an die Decke montieren oder aber, wenn ich das möchte, kann ich ein zusätzliches Desk Stand dazu nehmen. Mit dem Livi Desk Stand kann ich jetzt zum Beispiel den Smart Ring auf einem Beistelltisch, irgendwo im Flur oder in irgendeinem Raum, den ich möchte, einfach auf den Tisch stellen, sodass ich auch keine Nägel oder Schrauben in die Wand jagen muss. Natürlich könnte man das auch aufkleben, aber ich fand das tatsächlich super schick. Wenn ihr aber diesen Livi Desk Stand gar nicht haben möchtet, dann habt ihr natürlich die Option, diesen Smart Ring genauso wie den Rauchmelder natürlich an die Decke zu montieren. Und ich muss auch zugeben, da haben sie tatsächlich an eine Sache super gedacht, das hätte ich echt vergessen, aber der Akku ist total intelligent. Denn ihr habt auf jeden Fall einen Tag einmal Ladezeit zu Beginn, aber dann hält euch der Akku ein gutes halbes Jahr. Das heißt also auf jeden Fall sechs Monate habt ihr kein Problem. Selbst wenn der Akku mal leer gehen sollte, dann werdet ihr natürlich auf dem Smartphone benachrichtigt. Bei dem Rauchmelder ist es noch viel besser, der integrierte Akku ist gar nicht austauschbar, aber der Akku hält euch zehn Jahre, also super easy. Doch wenn ich jetzt mal einen Blick genauer in die App werfe, dann sehen wir sofort, dass das sehr schön übersichtlich ist. Wir haben hier in meinem Fall jetzt den Smart Ring im Büro und mir werden jetzt auch eine Menge an Daten angezeigt. Der Healthy Guide versorgt mich jetzt mit Daten, die ich sonst gar nicht hätte. Das heißt also zum einen misst er die Temperatur. Das geht auch auf anderen Wegen, aber so übersichtlich, wie es in der App gezeigt wird, fand ich schon ziemlich klasse. Bei mir ist es so eingestellt, dass natürlich nachts die Heizung nicht läuft. Deswegen sehen wir jetzt auch schon rückwirkend natürlich, dass es nachts in dem Büro super kalt war. Aber wie wir sehen können, ist auch die Temperatur in einem guten Maß. Die Luftfeuchtigkeit wird mir jetzt ebenfalls angezeigt, was ich eigentlich ganz toll fand, weil ich über Luftfeuchtigkeit bisher noch nie etwas wusste. Vor allem fand ich ganz toll, dass dann automatisch gleich erklärt wird, was denn passieren kann. Dass es Krankheiten gibt, die dann irgendwie gefördert werden können, falls die Luftfeuchtigkeit zu hoch oder zu niedrig ist. Und durch Libiprotect bin ich auch der Meinung, dass jetzt eben die Luftqualität in dem Raum etwas besser übersichtlich für mich darstellt. Manchmal hat man das Gefühl, dass man Kopfweh bekommt oder dass irgendwie stickige Luft vorherrscht. Und wenn man in die App reinschaut, ist das Ganze einfach super übersichtlich. Aber ansonsten gibt es noch eine Sache, die mich echt überrascht hat, denn das heißt hier Community. Und da hat man einfach die Möglichkeit, andere Personen dann irgendwie hinzuzufügen. Und dazu muss ich natürlich sagen, dass es Personen sind, die ihr natürlich vertraut. Also wenn ihr jetzt eine WG habt, dann ist halt in eurer Community dann euer Mitbewohner. Oder wenn ihr eine Freundin habt, mit der ihr zusammenlebt, dann fügt ihr die Person hinzu. Denn wenn einmal der Rauchmelder losgeht oder wenn jetzt irgendwie der Bewegungsmelder Alarm schlägt und ihr seid nicht da, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass die andere Person eben benachrichtigt wird und sich mal kurz darum kümmert. Zusätzlich möchte ich euch noch über LibiPlus kurz informieren. Das ist einfach nur ein Service, sodass ihr beispielsweise in einem Brandfall oder in einem Notfall, wenn irgendwas sein sollte, dann könntet ihr einfach darauf zurückgreifen, dass ihr vielleicht in ein Hotel müsst und das übernommen wird. Oder ihr habt euch ausgeschlossen und der Schlüsselservice muss natürlich bezahlt werden. Solche Dinge, da kümmert sich Libi gerne darum. Schaut gerne mal auf der Homepage vorbei. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Der Smart Ring kann ich euch tatsächlich empfehlen. Ich habe ihn bei mir echt im Einsatz, was ich nicht über jedes Produkt sagen kann. Aber das hatte ich noch nicht und das hat mein Leben etwas ein bisschen sinnvoller gemacht. Deswegen checkt gerne mal das Produkt unten in der Videobeschreibung aus. Und ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, ein Daumen nach oben wäre ganz cool. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare, abonniert den Kanal, weil dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. See ya. Outro Outro Outro